Was halten Sie davon, dass in der Schweiz immer mehr Leute gibt, die die Medikamente nicht bezahlen können, denn die Pharmaindustrie macht auferstande Preise? Finden Sie es gut? Nein, ich finde es nicht gut. Ja, Preise sind immer noch im Fantasiebereich. Da dagegen muss man doch etwas machen. Ja. Ja. Schon, oder? Ja, das gehe ich, denn ich bin nicht Gesundheitspolitiker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sehr gute Frage. Danke.